So, Herzlich Willkommen zu einer Runde Volldice Part, Leute. Heute mal wieder ein Update, glaubt ihr eben. Und ihr habt vielleicht mal Volldice gespielt. So, ich habe doch verkostet dieses Jahr gespielt, Volldice. Aber, naja. Aber ich soll jetzt mal öfters mal wieder spielen, Leute, Volldice. Naja, es werden auch sehr viele Partner kommen von Volldice. Ich guck auch mal nach, wie viele Part es ist. Ich denke, das ist richtig. Ich guck mal, was die anderen Online-Spieler machen. Okay, dieses Tor ist feier. Ich nehme natürlich das Tor, wo richtig ist. Und lasse das für die anderen Online-Spieler prüfen. Ja. 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 Ich hoffe, ich schaffe das. Ja, ich schaffe das. Ich schaffe das, Leute. Ja. Ich habe es geschafft. Ich will 그러면 schon einmal nach, wie viele Parts ist es von Volldice. Und ja. Part 15 Da muss ich kurz mal schnell in meinen Youtube-Kanal reinstehen Das ist jetzt ein Spiel Jetzt muss ich die Playlist nach unten kucken Ich hab den letzten Livestream Aber diesen Monat spiel ich Fall Dice Ich hab den letzten Monat Fall Dice gespielt Ich hab den letzten Monat schon gespielt Ich versuche mal da mehr ein paar Video vorproduzieren Aber jetzt hab ich ganz Schwierigkeiten Video vorproduzieren Weil ich habe nicht... Ab Morden habe ich eine Youtube-Pause Leute Morden beginnt meine Youtube-Pause Oh, ich muss gerade was gelesen Und zwar Habe ich Mit meiner Klasse Eine Abflussfahrt Und die Abflussfahrt ist nach Hamburg Und deswegen habe ich eine Woche Youtube-Pause Leute Und ja Also Ich bin nervös Ich habe nicht immer Bescheid Warum ich am Morden Morden Und Komplett also Morden Weil kein Video online kommt Und ja Also die komplette Woche also Erst am nächsten Montag Komme ich aus meiner Youtube-Pause zurück Und Und ich weiß nicht, ob ich hier weiterkomme oder nicht Guck mal, ich bin kurz bevor Das zu schaffen Komm, alle müssen scheitern Nein, ich weiß, ich komme weiter Ich müsste einer davon sein Komm schon Na Ah Ich schaff das Jo Ich schaff das Leute noch Ich übersprinde den Bam, das schafft Leute Schapapapapam Geschafft Ich habe mich langsam verbessert in die Spieleute Bei Volldice Ich bin langsam ein bisschen besser geworden Und jetzt Ja Wir müssen noch Warte bis die anderen das schaffen Bei 9 Mal 6 komme ich weiter Und ich müsste eigentlich mal Bis zum Finale schaffen und sie gewinnen Wieso bleibt ja einer stehen Und ich weiß nicht gar nicht Hol doch so was hier drin dann oder hat oder muss raten was er ist zu spenden weil der leute sind taunt da und er ist löfter der wollte der einfachen lässt sich die tante noch schildern das ist ein bisschen spannender ist oder fliegen die neues was wir kommen weiter dort ich bin der kathos leute ich bin der kathos und ich hoffe mal dass ich schon bis zum finale schaffe ich hoffe ich hoffe ich habe überleben kann wo ich auch weiterkomme wie viel kommt da muss ich aufpassen dass ich die für die den dann nicht getroffen werde erst wenn ich gewonnen habe wenn ich dann mal nachrufe in meine youtube-playlist wenn ich den letzten livestream von dem letzten monat in die playlist zugeführt habe part 14 weil das ist part 15 und alles dass die leute kommt weiter ich muss jetzt schon mal so ich falle runter au ich bin da vorne nicht leitet naja da fallen schon viele runter da komm schon wir müssen diese faktur schaffen ich möchte ja für den 1 bis 2 zu sein wo weiter kommen weil nein 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 komm schon komm schon ja 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 ich schaff das ich schaff das das hat gerade die schwindelett aber ich schaff das nein 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 ja komm in Sam sim Tyler hätte dich noch gefählt thanks will die mit da hätte dochgestellt leute 1 cm. Ja, Part 14 habe ich wirklich. Ja, das war eine Stunde Livestream. Mann, ich hätte es eine Zentimeter. Ich hole schon kurz was. Ich habe gleich wieder Leute, ich habe kurz mal einen Jotter. Das war's. Entweder auf 1 cm. Das ist doch schon. Mann! 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 Ein Zentimeter hat noch gefehlt. Ich hätte es schaffen sollen. Aber ich wurde mehrmals so ein bisschen dinner getroffen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. und leute falls ihr auch von euch das habt leute dann schreibt es dann in diese kommentare mit ja und dazu schreibt ihr auch wie euer video dort heißen leute also wie euer spieler heißt also das würde mich interessieren leute also leute falls ihr auch von euch habt leute dann schreibt mir die kommentare ja und noch dazu wie euer folgernamen ist also wie euer folgernis heiß ich heiße mc tom 2000 das ist mein folgernis name und ja ich will schon dann wissen wie euer folgernis heißt falls ihr folgernis besitzt leute jetzt haben wir die drohne also das ist die finale wo die die drohne bekommt oh man 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 und derjenige hat gefordert ach komm wir müssen ja so glücklich haben Oh, ich kann ja, ich kann ja nicht sagen, was ich wissen habe, nein. Ideal. Ich bin nur zweimal weiter gekommen. Oh, mir ist hier was reingeschaltet. Wenn es, ich habe was freigeschaltet. Wenn es, ich habe was freigeschaltet. Ich muss gerade schon was grün, Leute. Ich gucke mal, warum kurz das neue Shop-Tipps. Cola-Dose? Kann ich mir die leisten, da habe ich nicht. Oh, nee. Ach so, da brauche ich sowas. Was? Kann ich mir mein nächstes Mal kaufen mit den Coins? Haben die nicht früher. Für was sind jetzt die Coins da? Das ist ja, wo ich freigeschalte. Aber die Coins haben doch eine, noch eine Bedeutung. Ich will überkunden, was für die Coins, was man leisten kann. Aber hier im Shop muss doch irgendwas geben. Hier. Ach. Hab doch noch was gefunden. Jetzt muss halt, jetzt hat uns versteckt ist das. Na ja. Ich habe einen Pokal bekommen, weil ich das nicht mehr gekauft habe. Ähm, kaufe wir auch. Alter. Was zum Handkai ist. Ich kann einfach fühlen, ich habe alles, das kann ich mir nicht leisten, aber. Das ist mir vielleicht, oder? Oder? Das andere kann ich auch noch leisten, warte. Aber das ist ja, oder? Doch, ich kann mir alles leisten, was? Aber ich kann mir jetzt über nichts mehr mit Holz kaufen. Hm. Egal. Wir machen nochmal eine Runde. Und dann hoffen wir mal, dass ich über diese Runde bis zum Finale komme. Und dann werde ich auch die Aufnahme beim Ende machen. Eine Runde mache ich noch. Und dann werde ich danach noch, ein, eine, eine, paar, paar, vor, noch drei Stück davor potenziere, vielleicht noch zwei Stück. Für folgendes Video. Weil das wird natürlich heute noch online kommen. Also, ne, das ist vielleicht nicht schon, das wird gerade online. Oh je. Hm, äh, das ist ein schwieriges Partour. Ich habe jetzt zwei gute Partour geschafft, aber dieses, dieses Partour werde ich niemals schaffen. Ich brauche Glück dabei. So. Kann ich schmeißen. Äh. So. Habe ich sie übersprungen, oder? Weh, ich habe sie übersprungen. Und ich habe auch sie verlassen gedrückt. Ich wollte nicht verlassen drinnen, ich wollte, äh, ich wollte jetzt übersprungen, weil ich... Das ist, äh, bis es lossteht, ah, komm. Ich dann, ich dann habe ich auch sie schon übersprungen. Ey, abgebrochen meine ich. Naja, ich kann mich auch mal verplappern. Ja, das ist, dieses Partour ist mir lieb, das ist mir lieb, weil da komme ich wenigstens weiter. Ich hoffe, jetzt da ist das dritte, ich muss... Doch. Das hier aber, mache ich lieber nicht. Drei ist es für beenden. Und jetzt ist es für abbrechen. Aber ich möchte nicht beenden und abbrechen. Wo bin ich, äh, ich bin immer noch, glaube ich, ein Kaktos. Ja, ich bin da vorne. Alter, ich vertraue nur, nur, nur die anderen Online-Spieler, andere Online-Spieler. Ich verfolge, äh, ich gucke mal, was die anderen Online-Spieler machen. Weil manche spielen auch vom PC aus. Weil das Spiel gibt's für PC, für Playstation 4, für Playstation 5 und für die Nintendo Switch. Und ich spiele das natürlich für die Playstation 4, Leute. So, jetzt hab ich's geschafft. Ich hab ein T-Tot-Benachrichtig bekommen. Ich hab grad, ich hab grad, was hab mein Handy gerade mit Kalo bekommen. Ja, zumindest schaff ich das hier. Und eine steht nur drum und ähnlich da. Gut, machen wir weiter. Nächstes, nächstes Spiel. Und es ist, hoffentlich, wo ich weiterkomme. Oh, da muss ich jetzt, da muss ich mit Kloot das schaffen. Au, wörtlich mit Kloot. Ein Winterpark-Tour. Okay, schon, wenn du das anrufst, wie lang das ist, aber irgendwann schon mal, irgendwann schon aus der Kloot kann man dann auch überspringen. Okay, wir müssen die DIN abberühren. Weiter! Wir müssen weiter! Boah! Nein! Boah! Ist ja rutschig! Du müsstest einfach nur... Ah! So, das schafft. Nein! Ich möchte... Wie eine Wiese hier raus. Hallo! Mhm, mhm... Du, 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 du. Alter, der Gretz-Ross ist verwarrt. Ist ja was der Abkühler tut. Die brauchen... Das ist ja kein Ziel. Man muss nur die Geniales sammeln. Ist grad nicht so hart. ich habe ich glaube manche schaffen das aber nein nein aber alle landen hier wieder nein ich habe ich alles na komm schon selbst und 20 kommen ich hab's doch berührt ich bin auch noch rein die dannen nein nein ach komm schon kann ich ja dafür extra verpfiff ich werde hier mal richtig dumm anstillen heute warte berühren und dann kommen wir weiter ich habe es doch noch geschafft also dass ich selber herausgefunden habe von alleine dafür nur die punde sammeln muss für weiter kommen als 15 punkte gebraucht und dann kommen und dann gehe ich hier weiter das ist das vorkommen ist das ist das dommerkump all die da dann werde ich hoffen weil das ist ich weiß selber nicht hoffentlich kommt was anderes ok das ist schon mal was anderes wenn ich mal schneller laden werde und deshalb ja ich muss einfach nur versuchen zu überleben leute also ich darf da nicht runterfallen sind da kommen wir weit das sind nur sehen da fallen runter und wir versuchen nicht runter zu fallen ja aber ich rennen auf allen in einander und stehren also da kommen wir auch noch Sachen in diese floten hallo nein ich will nicht hier oben bleiben ja nein Magnete flühen komm schon sehen na ich bin auch hier oben zwei noch runterfallen kommen einer noch aber einer muss noch unterfallen komm schon komm schon fall einer von euch runter ich hab's geschafft ja alter jetzt habe ich den du den lauf endlich aber wie viele kommen weiter wenn die andere rausfliegen 16 haben sie für die nächste runde qualitativ j kommt das ist die drohne jetzt plötzlich kommt alter das 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 mal wieder kommen würde aber jetzt muss ich erst mal das nochmal überleben oder dann ist da noch irgendwann hoffen wir das ich bis zum finalen schaffe ok wir haben zwei jetzt muss ich noch einmal überleben zum zweiten Mal Okay, ich bezahle mich ein bisschen ruhig und konzentriere mich mal schnell. Ja, ich habe den Schefft! Ja Baby! Setz den Lehrer! Ja, ich hab's geschafft, endlich! Ja, nächste Runde, nächste, eine Runde weiterzukommen. Ja, ich bin eine Runde weiterzukommen. Zehn kommen, kommen in die nächste Runde. Ich glaube, wir haben bald auch das Finale vom... Ich glaube, noch ein Spiel kommt noch und dann kommt bestimmt das Finale, oder? Und kommt jetzt das Finale-Spiel. Kann das jetzt das Finale sein? Ich glaube eher nicht. Von voll da ist. Schon wieder überleben, okay. Neun fliegen raus. Das heißt, das ist ein Finale, Leute. Ich hätte zwar voll können, aber... Ich war zu langsam, aber... Ich würde sagen, das war... Ich hätte das... Schön schaffen können. Bei der... Das ist halt das Finale, Leute. Neun fliegen raus und einer bleibt üblich. Nur einer bleibt üblich und das ist das Finale. Also ich hab schon alle aus dem Mal bis zum Finale geschaffen, Leute. Und ich hab das Finale überleben können. Aber da bin ich auch schön runtergefallen. Aber ich bin schon alle aus dem Mal bis zum Finale gekommen. Bei dem Spiel. Alter. Ich glaube, der Roboter hat gewinnt. Der mit dem... Ja, wo ist Roboter? Und gleich ein... Mit dem Roboter-Kostüm stehen. So. Oh, je, je, je. Alter. Da muss ich schnell rechtzeitig redaktieren. Und... Und... Der Filtro-Date. Ich muss rechtzeitig schnell redaktieren. Und auf die andere Plattform wieder... Ähm... Drauf gehen. Weil das... Weil es einfach sich nicht rausdreht. Und ich bin halt im Loch einfach. Ich wollte die Klampe noch schaffen. Aber dann bin ich runtergefallen. Da war ich so langsam. Und... Nach einer runterfällt. Es ist ein... Warte. Es ist ein... Großer Finale-Kampf. Wer gewinnt dieses Finale? Äh... Wer wird... Hier ein Finale gewinnen? Dino. Oder? Der Dino. Hat gewonnen. Ne Drache. Ist das ein Drache? Habe ich falsch gesehen, Leute. Weil das war ein Drache. Aber ich war bis zum Finale. Ich war bis zum... Ich war... Ich bin richtig weit gekommen, Leute. Ich bin... Ich bin stolz darauf, dass ich richtig zu weit gekommen bin. Ich bin... Alter. Ich war einfach im Finale gelandet. Soweit... Soweit habe ich schon noch nie geschafft. Bis zum Finale. Und dann habe ich die Finale für Cut. Naja, ich würde sagen, ich würde jetzt diese Part an dieser Stelle wenden. Haut rein und bestelle.